Willkommen zu dem 4. Vlog mit der ganzen... Da ist Millie! Was ich gerade angehört, wie ein Hund. Ganz ehrlich, Millie, was ich gerade vergessen habe. Komm Millie, komm! Komm! Ja, super. Ich bin sehr interessiert. Jetzt ist es beim Bein. Boah, hat sie wieder ge... Hat sie... Ja, dann... Millie, ist jetzt nicht dein Ernst. Ist jetzt... Ich habe gerade vor 5 oder 6 Minuten gemacht. Und du hast sie wieder in einen Haufen reingelegt. Du willst mich verarschen, Katze! Ich rieche sogar durch mein Pullover. Ne, durch meine Tische. Ich habe gar kein Pullover. Da! Bäh! Jetzt bin ich auf dem Biker. Ganz ehrlich, Millie! Du guckst echt wie ein Wellenmeister! Ja, ich frage mal, warum der vierte Vlog nach fast einem Monat kommt erst wieder. Und der dritte auch. Kommt vielleicht davon, dass sie seit einem Monat nicht mehr hier war. Weil jetzt ja nicht mehr die beste Zerrinne hier ist. Die ist ja mal wieder weg. Kommt aber, glaube ich, angeblich nach meiner Mutter auch heute wieder. Aber ist jetzt noch nicht hier. Warte, vielleicht juckt sie sich ja mal wieder für die in Jeveni. Ich denke... Der kleine Mann! Die versteckt sich! Warte, so gut, lass sie sich mal hier liegen. Komm! Wir schauen mal im Gesicht! Wir schauen mal her jetzt. Die werden hier jetzt. Ja, der möchte ich jetzt sagen. Und dann... Ja, ich habe schon aufs Merlin. Der hätte ich auch schon aufs Merlin. Der hatte ich auch schon aufs Merlin. Der hat auch schon aufs Merlin. Ding, Dong! Komm, Mini, komm, wenn ich dich nicht streichel, wenn du dich nicht schon von mir streichelst. Es sieht so aus, ob du mich gleich umbringst mit den großen Pupillen. Was ist hier so besonderes? Komm, lass mich von dir streichelst. Müde. Hingefallen. Das Blick habe ich das letzte aufgebaut. Sonst bin ich schon extra direkt. Wenn sie kackt, will ich mir empfehlen. Du. Die ist nicht mehr Video. Ich lasse mich mal bei der Privatsphäre. Heute kommen die Videos. Morgen nicht. Und aber weiter. Was machst du so? Hm, ich liebe Haustiere. Besonders Katzen und Hunde. Und Hamster. Die sind dann in die Griesen. Nur, dass ich keine habe. Liegt an meiner Mutter. Warte. Was ist denn hier? Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Geh, 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 geh. Ich schlafe. Na, 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 na. Ich glaube, jetzt habe ich mir meine hässlichen Seen schon immer aufgeweckt. Anstatt Wettbewerb. Und ich habe verloren. Ich habe schon vorbefurt sich geblitzt. Es stinkt wieder nach. Scheiße. Ja, ich glaube, ich höre jetzt mal darauf. Tschö. Das war Katzenvlog 4. Bis zum nächsten Mal. Sag auf was, Millie. Millie? Nee, der hat keine Lust. Tschö.